Willkommen zurück meine lieben Freunde zu unserem wundervollen Teenager Adventure Life is Strange. Ich habe mir letztens gedacht, das ist ein bisschen so wie diese React-Videos. Alter Mann reacts to Teenager Adventure. Ja, das letzte Mal haben wir Toilettenpapier. Schauen, damit kann man sicher irgendwas machen. Ah, okay. Gut. Dieses Toilettenpapier brauchen wir sicher, um dieses Mittel da wegzukriegen, weil wir müssen da rein. Genau, weil das letzte Mal sind wir drauf gekommen, der USB-Stick ist da drinnen bei der... Und zwar bei der Dana. Und da ist jetzt Juliet davor und die lässt die Dana nicht rein. Juliet looks like she's ready to throw down. So, sprechen wir mal. Juliet, ist alles cool? Oh, ja, Max. Ich habe Dana in die Runde, weil wir cool sind. Okay. Was hat sie gemacht? Was hat sie gemacht? Was hat sie nicht gemacht? Dana hat mich mit meiner Freundin gesteckt. Ouch. Wie hast du dich herausgefunden? Uh, warum hast du dich interessiert? Warum hast du mich überhaupt gefragt? Warum hast du mich überhaupt gefragt? Du bist gar nicht zu sprechen. Du bist einfach mit der Kamera. Das ist warum ich jetzt mit dir sprechen. Was ist mein letzter Name? Ah, wir können dann zurückdrehen. Juliet... Juliet Olson. Das war wirklich schade. Danke für deine Worte, Max Caulfield. Bitte, Juliet Watson. Okay. Gut. Okay. Das war gut. Ich bin nicht. Ja. Dann kommen wir mal die Schnappe. Ich bin schon gut. Ich bin noch nicht eine Schnappe. Hey, Juliet! Es ist so stupid. Es ist so schade. Oh, ja, Max. Ich habe Dana in die Runde, weil wir... Ja, ja. Schade in der Schnappe. Sie sind verrückt! Juliette Watson, du bist nett. Ich bin flattered. Ich glaube, dass du mein Name überhaupt nicht wusste. Natürlich. Danke. Ich lockte Dana in, weil sie sie sexten Zack, mein Freund. Unbelievable. Wie wissen Sie? Viktoria Chase. Du kennst sie. Du könntest sagen. Aber warum würde Dana nach deinem Freund gehen? According to Viktoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Viktoria? Huh. Sie sah die Sext. Und Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, ich versuche ich nicht, aber ich bet Viktoria hat. Ich werde sie nicht sagen, bis sie die Wahrheit sagen. Okay. 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 Können wir sie mit dem Toilettenpapier bewerfen? Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Wieso gehen wir da nicht rein? Ah, wir könnten wieder den Feueralarm drücken. At least that's an alarm from this century. Okay. Vielleicht Zachary oder Viktoria. Vielleicht hätten wir uns doch nicht mit der Viktoria verscherzen sollen. Link im Maustaste, Wohnheim, der Mädchen verlassen. Das heißt, es muss so irgendwie nervösbar sein. Ich kann mich hier helfen. Ich kann Dana helfen und check out Viktoria's room, Das schaut größer aus, das ist mein Zimmer, kann ich das auch anziehen? Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that wardrobe, those boots are made for walking runways, that is a tasty plasma, maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits within, I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Nein, ist es nicht? Oh mein Gott, du hast einen echt schlechten Geschmack. Ouch, well at least she puts her photographs out there, unlike me. Okay, ich glaube wir müssen auf Lesen drücken, dass wir es auch wirklich gelesen haben, oder? Auch wenn wir es auf Englisch verstanden haben, habt ihr es auf Englisch verstanden? Ja, okay, also sie haben das Bild nicht angenommen. Da ist eine Kamera. Sie hat tatsächlich eine klassische Medium-Format-Kamera mit einigen wunderbaren Primes-Lens. Ich liebe dich, Viktoria. Wieso? Ich dachte, du bist glücklich mit deinem Ding. Nein, Officer, ich bin nicht snooping, ich bin nur an der Viktoria's cutting-edge-Tech. Ja, ja, schau an. Nein, das muss man echt nicht lesen, oder? Okay, passt. Wir schauen uns das an. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Sicher? Das schaut ziemlich... Okay, das ist ein Laptop. Ja, Viktoria hat die Best-Retina-Screen Laptop. Ich muss einfach mal schauen, ob sie postiert meine Bildung. Das ist richtig schön, Viktoria. Und wer die hellen Sie, ich bin ein Hipster? Boom! Das ist die E-Mail, ich muss Juliette zeigen. Now I have to print this fast and get the hell out of here. So sad to inform you that I totally punked Juliette and Dana just now. All I had to do was mention to Juliette that I saw a nasty sex from Dana on Sack's phone. Wieso schreibt sie S mit doppelt Z? Hm. Believed me. And so I expect there to be a dorm rampage soon. Juliette deserves this for slutting Sack away from me. As for Dana, who gives a shit. Okay. Hier, da oben. Das war ja einfach. Wo ist das? Wo ist der Drucker hin? Mark Jefferson. Habe ich eigentlich alle Zeit erwählt? Victoria is a real Jefferson Groupie. Okay. Interessiert mich nicht. Wo ist der verdammte Drucker hin? Da ist der Laptop. Aber wo ist der Drucker? Da ist der Drucker. Das ist so sehr, dass man Geräusche. Das ist besser convince Juliette, dass Dana ist innocent. Wenn wir schon hier sind, können wir uns noch ein paar Schaut. Ich bete Victoria put Juliette auf ihr shitlist after this article. Mit der Einflussrechten und langen sozialen Gruppen, Blackwater's The Vortex Club wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Juppie Kräfte der Räger gegründet. Es ist eine Zeit, von in der Computer-Nerds in Mülltonen gestopft wurden und blaue Haare im Grund für einen Verweis und sogar gewalt waren. Meine Schüler, bla 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 bla. Der Ortex-Club war also ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist das bloß bla 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 bla? Interessiert mich nicht. Sonst noch irgendwas, was ich noch nicht gelesen habe. Gibt es irgendwas? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Okay. Okay, okay. Gut. Sonst noch irgendwas? Aufkleber, Schmuck. Das haben wir schon gesehen. Ah ja, es ist die Steuerraum. Das war einfach als gedacht. Können wir laufen? Juliette, read this. Das war� skeleton. Das war das. Das war doch... Ja, kannst du es mir nicht geben? Muss ich wirklich in jedem Zimmer rumstöbern? Machen das Jugendliche heute so? Da ist ein Schwangerschaftstest. Den kann man so glatt antreten. Aber wenn ich den jetzt abnehme... Ja, dann nimm ihn. Oh Gott. So, schauen wir mal. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Partybuster-Folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Was? Den kann man nicht aufmachen? Schade. Lass mich den anholen, die Obscenity-Buster, äh, Partybuster-Dings anschauen. Okay. Okay, ich bin schon tempted. Ja, 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 ja. Du hast mich nicht geholfen. Ich habe dafür gedacht. Du bist nicht hilfreich. Du bist nur knallig. Ich denke, du besser gehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oh, das ist nicht wichtig. Ja, 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 ja. Ah, wie kann man das schneller machen, irgendwie geht es schneller. Da ist eine Klinikmitteilung. Ha. Lässt sich. Was meinst du? Vielleicht sieht man es ja so aus. Hm. Sie ist wirklich nicht die Heste, unser Charakter. Nein, hast du nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht hast. Hm, schade. Ich hätte doch über das Ding reden sollen. Äh, und wieso ist das USB-Drive noch immer... Warte mal. Ein Mutterschaftsbuch, Sean. Good Lord. Dana really was on her own. Was? Hey, das sind sogar Pringles. Okay. Ah, gut. Was denn? Wie komme ich dort jetzt hin? Nein, nicht mit dem B. Wie komme ich in dieses mit Tab? Ah, mit Tab war es. Genau. Ich kann ja mal auch nicht glauben, blablabla, blablabla. Noch mehr Drama. Ähm, ich weiß nicht, wie hätte sie überzählt. Blablabla, blablabla. Hm. SMS. Warren. Was heißt Bye? Wieso kriege ich das erst jetzt? Da steht 1659. Genauso wie meine. Ah. So ein Kiese. Viel zu wenig, äh. Viel zu wenig Nachrichten. So, neues Foto. Nein. Überhaupt nicht. So, na gut, dann schauen wir mal, ob wir den Parkplatz finden. Hm. Fuck this shit. Ow. That hurt. Damn. I better rewind. Wieso? Wenn wir uns da jetzt herstellen Ah ok, wir müssen vorher mit ihm reden Er spürt einfach durch Der Wahnsinnige Ok, das heißt wir müssen mit dir sprechen Elisa, move your head If you insist, Max Now that's what I'm talking about I actually helped somebody Max, that was awesome Thank you No problem No problem You have quick reflexes Years of mad dodging skills Willys never change That's why you're better off You're smart We should hang out more Now I have to finish this stupid book Ok, wir haben jetzt eine Frage, die Kimmacht So, jetzt hast du weggeworfen Kann ich jetzt mit dir reden? Get lost, hipster I'm not doing any interviews I could almost feel sorry for him If he wasn't such a serious dick Poor Juliet Ok Hey, man kann sich das auch anschauen Was ist das? I always get a little giddy When I think about having my own room here Ach, giddy Hey, wir finden den Parkplatz So, don't think I'm blind I see everything here at Blackwell Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them Hey, hey Nobody is bullying anybody I'm doing my job No, you're not You're part of the problem, Missy I will remember this conversation Oh, Max, that was great I think you scared him for once I have to go, but thank you So, it means a lot Anytime, Kate I felt like an everyday hero helping Kate But now Officer David Dickhead is after me Maybe I should rewind and mind my own business No, you shouldn't No, you shouldn't That's enough That's enough I'm good I'm a good thing Linke Maustaste Also, Linke Maustaste Not Space Taste Idiot Interessert mich nicht I'm going to Parkplatz Ich kann gar nicht mehr da durchgehen Das ist interessant Also, sie geht automatisch weiter Viele Möglichkeiten bleiben einem nicht Das ist ziemlich straight forward Hm Ich meine, vielleicht läuft im Hintergrund etwas, was ich nicht mitkriege Ich meine, vielleicht läuft im Hintergrund etwas, was ich nicht mitkriege Immerhin bin ich fotografiert worden Oh Gott, die geht so langsam Das macht mich narisch Ich gehe langsam Ich bin glücklich, dass ich in diese Zeit stehe Ich kann nicht standen, um zu sehen, Menschen zu beobachten Hm, hm Ja, klar So, also, da drüben Wieso hängt die schon wieder irgendwo rum? Dumme Julia Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht Wie können Zac und Victoria das mit mir machen? Was? Juliette sieht immer so schrecklich über Zac und Victoria Ich schaue nicht auf sie Hi Juliette Wie geht's dir? Oh, hey Max Sorry Ich bin trotzdem schrecklich Ja Oh Müssen sie diese Gespräche wirklich führen? Lass mich sie in der Ruhe, ja Wir wollen diese Gespräche Ich werde dich nicht interessieren Dann muss ich gehen, Warren zu sehen, bevor er sich meldet Ich sehe dich Ja, ich bin sicher, wir werden alle später mit Zac und Victoria und der Vortex Club Äh, ja sicher Ich sehe dich Ich sehe dich, Max Hey, das ist ein Graffiti Darf ich das Foto machen? Ich wundere, wie lange bevor Samuel das das repaint hat Okay, ich würde sagen, dass da vorne ist der Warren Gibt's noch irgendwas anderes hier, bevor wir mit dem Typen sprechen? Mistkübel Kars ist gleich der Yay, endlich was Gescheites Good thing I don't have a car Yet Dumme Göhre Oh, das sind doof Who'd toilet paper's a bike? jemand der Fahrrad nicht mag? Schon wieder ein vermissten Poster Hier hängen die die alle auf Oh, mehr von diesen vermissten Postern Ja, ganz offensichtlich. Noch mehr vermies den Poster und ein Flugblatt. Ja, ja, okay, gut. Haben wir gesehen. Oh, wenn ich werde, sehen. Ah, ja. Da haben wir... unser Waffe. Ja, ja. Was ist so ekelhaft? Oh, sie ist ekelhaft. Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook. Major bitch move. Wollen wir nicht darüber reden, oder sagen wir, es ist kein Problem, was eigentlich genau das gleiche heißt. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem, Warren. Ich habe ein Schatz aus Victoria. Ich kann nicht warten, um zu erzählen. Oh, score one für Team Max. Es wird so karmic, um ihr ass-clown-face all over die Interwebs. Ich glaube, sie verdient es für all die schütte Dinge, die sie zu den Leuten hier gemacht haben. By the way, ich sah Daniel's sketch of you online. Nicht schlecht, aber ich könnte ein viel besser job machen. Okay. Das ist jetzt gut. Nein, nein, ich würde fragen, ob er zeichnen kann. Er darf uns auch noch zeichnen. Wir sind zu viel. Ich meine, das ist echt fisch. Das könnte nicht so gut sein. Ich werde dir wissen. So, hast du eine Chance, die Film-Bootie auf meiner Flash-Drive gesehen haben? Haben wir es uns eingeschaut, oder nicht? Ich würde sagen, ja, danke. Ja, danke. Du hast ein bisschen cooles Scheiß da drin, von Akira in der Twilight Zone, das scheint heute zu sehen. Ich bin mir ein Pop-Kultur-Pirate-Konnoisseur. Das klingt besser als Thief. Haha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch. That sounds awful the way you say it. Uh... Uh... Uh, uh, what's... Not at all. Sensitive is good, unless you're a pushover. You have hip taste and a quick mind. Thanks for noticing, Max. The right girl will too. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. Okay, we're not going to go with him to the cinema, of course. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Yeah, it's definitively from the friend zone. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me. Not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now. Answer me, bitch. What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal. Stop that! Or that whore in the bathroom. Wait, go! Max? Chloe? No way. You again. Go! Go! No, I got this. Get in, Max! Get your punk asses past there now! Don't even try to run! Nobody! 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 Den armen Warren allein zurück. Das war keine nette Aktion von uns. Man. Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense, I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? This is hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? None. No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah, must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Yeah, sure. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Okay. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. I don't know. Okay. Sprechen Jugendliche wirklich so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Komm schon rein, nicht schade. Das Haus sieht noch gut aus. Haus, sch***, Haus. Eine richtig freundliche Frau. Okay, Herrschaften, wir hören auf für heute und das nächste Mal machen wir an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.